Wo muss ich denn schauen? Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich schieße auch gleich los mit der ersten Frage. Grüezi oder Tag? Eher Grüezi. Schützenfest oder dreckiges 1 zu 0? Schützenfest. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Rechtsfuß oder Linksfuß? Rechtsfuß. Nach hinten arbeiten oder vorne bleiben? Gute Frage. Fürs Team nach hinten arbeiten. Schweizerdeutsch oder Ruhrpott platt? Noch Schweizerdeutsch. Ein Zweikampf gegen Sokrates führen oder eine Woche lang Frauentausch schauen? Ein Zweikampf gegen Sokrates führen. Rösti oder Currywurst? Rösti. Aufstieg oder Pokalsieg? Aufstieg. Nationalmannschaft oder Kickerelf der Woche? Nationalmannschaft. Kopf oder Fuß? Fuß. Hund oder Katze? Hund. In der Schule? In der Schule? Erste Reihe oder letzte Reihe? Letzte Reihe. Im Auto lieber Hip-Hop oder lieber Schlager hören? Hip-Hop. Rolf Fälscher oder Ivo Grilic? Ivo Grilic. WhatsApp oder Anruf? WhatsApp. Perfekt. Vielen Dank. Danke auch.